Der stirbt eh gleich weg, ja. Oh, Fall wieder gewonnen, schön. Perfekt. Das wird doch was so langsam. Bis, bis, Chaos. Vielleicht funktioniert es. Jo. Ja, hat gereicht. Gerade gereicht. Das ist gut. Nein! Nein, du hast den Typen getötet. Hä, wie, was, wo? Mit dem Blitzschaden. Och, nee. Och. Das habe ich aber auch nicht gedacht. Der ist instant gestorben. Nee, das habe ich nicht gesehen, dass das überpassieren kann. Och, Mann. Okay, das ist echt dumm. Och. Entschuldigung. Voll dumm. Ja. Okay. Ah, wir schaffen das. Aber fährst du drauf. Ja, hat sich ja bewährt. Okay, das kann ich nicht noch, aber. Wenn du diesen Kanzada töten kannst, ist Wende 10 von 10. Ich bemühe mich. Jo. Und du hast die anderen beiden geschockt. Genauso. Oh, perfekt. Sehr gut. So nämlich. Und dann verwünschen wir den Typen. Ach, den hat es auch noch gut erwischt. Gut. Schön. Hm. Er muss ein Schrittchen nach vorne, dann kriegt er auch die volle Unruhe ab. Ah, der ist schon ordentlich stark. Nein! Ich habe auszusehen noch weiter gedrückt. Oh nein. Weil ich dachte, ich hätte nämlich noch einen AP. Nein, egal. Ja, das, ja, ich... Das kennt man. Ah. Hm. Okay, du wirst mich angreifen. Gut, dann probieren wir das. Jo. Er ist weg. Okay. Und... Ich gehe mal ein kleines bisschen aus dem Lameng, weil... Ich überlebe sonst nicht lange. Ja. Er lebt noch, okay. Hm. Was machen wir? Einmal das. Und einmal das. Okay, also sie steht zwar wieder, aber sie ist noch immer elektrisiert. Hm, okay, gut. Aber immerhin. Hätte ich mir vielleicht sparen können sogar, naja. Hm. Okay, jetzt kann er wenigstens angreifen. Ich könnte ihn versteinern. Ich hole Hilfe dazu. Das macht mehr Sinn. Mhm. Und... Wasser des Lebens. Das gibt uns ordentlich Leben dazu jetzt. Oh, sehr gut. Das ist der kleine Vorteil gerade. Bedeutet, ich muss jetzt auch nicht nochmal angreifen, aber wir haben Leben. Sehr gut. So, dann soll der mal spotten. Außer bei dem hat es geklappt. Okay. Aber die beiden sind gespottet. Ne, der eine ist gespottet. Ich kann wieder. Ich kann wieder. Ich kann wieder. Der Bergkrieger ist gleich weg. Ich nicht nochmal. Ich kann, aber... Perfekt. So, sehr gut. Oh, der Bergkrieger ist wieder unterwegs. Ich habe mal meinen Stab gewechselt. Mhm. Um sowas nochmal zu vermeiden. Warte. Mhm. 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 Und dann kann ich nochmal... Kann ich das noch? Nee. Reicht jetzt nicht mehr. Ich guck gerade, was wir denn noch tun können. Wenig. Mhm. Du bist wahrscheinlich... Oh, perfekt. Das ist gut. Schön. Ich speichere mal ganz kurz den Kampf. Ja, genau. Gerade läuft es ja gut. Ja, eben. Krüppeln wir denn mal? Hat nicht geklappt. Dann schocken wir ihn mal. Vielleicht geht das. Ah. Schade. Und dann darf er mal auf ihn draufhauen. Nein. Oh. Ich hoffe, er haut nicht auf den Typen drauf jetzt. Ja. Nee, der macht Furcht. Und der hat uns alle getroffen. Außer Ria. Außer Ria. Wer ist verkrüppelt? Madora. Na gut, aber greift den Enthaupten an. Das ist okay. Nicht dein Ernst. Oh, das war ja so mies von dem. Ach, Mann. Okay, okay, okay. Was einmal geht, geht noch mal. Jo. Sehr gut. Und dann geht mir gleich ein bisschen zurück. Ich kann nichts Großes mehr machen, nur noch was Kleines. Oh, das ist doch super. Genau. Aber ich kann dir hinten nicht helfen, das meinte ich. Mhm. Okay, gut. Der Enthaupter wird angegriffen. Oh, das ist so dumm. Nicht Nolan, nicht Nolan, nicht Nolan. Okay, jetzt läuft der... Okay, gut. Er läuft zu Ria. Okay. Weird. Ja, Ria muss gleich fliegen, aber das kriegen wir hin. Dora kriegt jetzt den ganzen Charme, traurigerweise. Ah, wow. Gut, du musst Lore wohl umbringen. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ja, der Typ ist hinter dir. Aber drauf. Schade, aber fast. Mhm. Ja, ich kann mich doch immer nicht bewegen. Kann ich doch irgendwas tun? Nein. Die machen nur Schaden, weil wir laufen müssen, weißt du. Oh, danke. Jetzt hat es gescheppert. Sehr gut. Ernsthaft, das hat ihm fast nichts gemacht. Ähm. Dann kriegt er die Vampirberührung. Ja, perfekt. So muss das. Nolan lebt noch. Ja, perfekt. Und ich marschiere da mal direkt raus. Und. Das ist der letzte Überlebende, ne? Der Typ hier vor uns. Ja. Dann kriegt er den hier erstmal. Und er ist eingefroren. Nice. Und. Resistenz machen wir mal runter. Der soll sich jetzt mal nicht so anstellen. Der kann da runterlaufen. Okay, passt. Mhm. Pff. Da. Okay, wenn. Wenn jetzt noch was schief läuft. Ich speicher mal. Ja. Ja, schön. Brennend fehlgeschlagen. Ui. Soll er sich mal alles einfangen. Okay. Wer muss mit Dora? Dora ist unten, aber gerade ganz auf der anderen Seite. Ah, ne, da komme ich nicht dran. Gut. Alles gut. Mhm. Jo. Mal hochheilen. Jo. Und dann nochmal hier. Perfekt. Das ist doch super. Medora kann nicht weit laufen. Die hat auch super wenige Aktionspunkte. Ähm. Die kann sich, die. Ah, die hat blutend und verkrüppelnd. Ich probier mal. Ich weiß nicht, ob das was hilft gerade. Nichts dergleichen. Egal. Halb so willst. Okay, der ist weg, aber auch. Der hat noch was, okay. Vielleicht der Versteiner von mir. Nein! Oh, das war der falsche Zauber. Das habe ich ihn verstärkt, ich Idiot. Das geht. Du kannst Gegner verstärken. Oh, wie viel ist das denn? Wacke. Ich habe den Zauber ja nicht mehr, weil ich... Oh. Naja, okay, gut. Mist. Kriegen wir hin. Alles gut. Ich bin so ein Idiot einfach. Oh, der hat... ...alle Hauptattribute verringert. Das ist nicht gut für ihn. Verfluchen. Ich habe beschlossen, ich probiere einfach Special Pfeil jetzt einfach häufiger aus. Jaja, klar. Hat nicht ganz geklatscht, schade. Joa, das war schon mal gut. Okay. Ich hoffe, Medora kann da jetzt langsam mal wieder hin. Ja, sie kann wieder laufen. Sehr gut. So. Äh, okay, gut. Was haben wir denn hier? Ja. Ich muss immer noch Schaden machen. What the fuck? Wie viel Schaden hat denn der gemacht? What? Okay. Der tötet sie mit einem Schlag. Was ist denn falsch mit dem? Okay, das ist doch crazy. Warte mal. Naja. Fast. Chaos grips meine Hände heute. Fehlt, ganz toll. Der Typ, ey. Ach, alle anderen haben wir ganz gut hinbekommen. Ja, nur diesen Bergkrieger hier nicht. Jetzt. Irgendwas. Er brennt schon mal. Ja. Ja, ja, ja. Gleich ist er weg. Ja. Sehr blöd, Mann. Hä? Medora hat bei mir aber in der Anzeige noch volles Leben. Okay. Ja, ich bin bei mir auch. Okay. Vielleicht ist das auch ein Bug. Komisch. Ich glaube, das war ein Bug. Hey, jetzt hat sie null Leben. Ja. Ne, eins. Eins Leben. Und ich kann nicht zaubern. Achso, weil er noch nie wieder gestanden ist. Alles gut. Ich bin frei. Okay. Okay, das war weird. Na. Ja. Ich bin frei. So. Oh, dann liegt auch Schlüssel. Ob das der Schlüssel ist? Wahrscheinlich, ja. Free. Ich bin... Ich bin frei. Ja, ich... Wir retten dich gleich komplett. Alles gut. Ja, genau. Lass uns erstmal ganz gut heilen, Dude. Ach, ich hoffe, die sind oben nicht sauer. Auf uns... Das hoffe ich auch. Sonst müssten wir uns aus dem Dorf rauskämpfen. Das fände ich so nice. Aber... Ne, ne, wir kommen ja hier durch so eine Höhle. Stimmt. Ich bin frei. Ich bin frei. Okay. Ja. Ja, passt. Ich speicher und rede mit dem. Mit Outup auch nur noch, aber... Ich kann sie gleich sein. Reden. Ja, ich höre dir gleich zu. Gib mir ein Sekündchen. Okay. Warum steht der Bergkrieger wieder? Es ist so weird. Egal. Okay. Ihr habt mit diesen Monstern kurz ein Prost gemacht. Sag mir, wo sich die versteckten Dorfbewohner aufhalten. Lass uns also von hier verschwinden. Das ist es. Wenn du mir helfen kannst, dass du mir helfen kannst, dass du mir das schreckliche Ort once und für alle wegkriegst, dann würde ich dir allen sagen. Vielleicht, wenn du mir helfen kannst, dass du sie auch helfen kannst. Lass uns also von hier verschwinden. Aber das steht nur. Ja, mir auch. Der ist verbuggt. Gut. Okay. Ähm. Aber wir müssen auch hier retten. Ja, ja. Verschlossen. Okay, ich komme da nicht rein. Ich bin frei. Ah ja. Ich bin frei. Wir reden. Moment. Reden, Herr Drinner. Ich höre zu, ja. Sprechen wir über euren Freund Nolan. Kampf. Ja. Ich bin sofort da. Okay. Ich bin da mal weg. Und jetzt sind wir im Kampf. Das ist eine Figur nur. Sehr gut. Wir holen natürlich alle raus. Da hinten ist noch ein Bergkrieger. Ich sehe noch einen. Ah, toll. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Ähm. Also wir haben jetzt hier nur den einen erstmal, den ich sehe. Gut. Okay. Ich kann nicht genug bedanken, dass die Bruten die Brute zu verabschieden. Ich lasse ihn mal kommen. Oder wollen wir den auf Entfernung töten? Probieren wir es mal aus. Ja. Er ist immun gegen Niederschlagen. Okay. Never mind. Man muss ja alles mal probieren. Wenn du Schleimi beschwörst, könnten wir noch den anderen, ähm, Bergkrieger ranholen. Ja, ja. Fünf, sechs, sieben. Ja. Dann beschwören wir einfach mal und dann sollen die für uns. So. Okay. Schleim. 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 Dann soll er sich mit Schleim anlegen. Ich versuche hier. Ich muss ein Stück leider raus. Ich hoffe, ich kann danach. Ich kann ihn leider noch nicht zaubern. Das ist ein bisschen blöd. Kann ich ihn einfremden? Also ganz blöd. Fehlgeschlagen, aber es hat geklappt. Ah, der macht gut Schaden, ne? Ja, der macht echt gut Schaden. Der macht gut Schaden. Ja, gut, dass wir Schleimi vorne haben, ne? Boah, Gift ist sehr effektiv gegen ihn. Ja. Schleim die Beste. Oh, ja. Au. Das hat wir getan. Ähm, wollte ich gar nicht. Okay. Ja, der ist fast tot. Ich habe das Gefühl, Feuer ist gut gegen die. Habe ich auch. Dementsprechend wechsle ich direkt auf mein Feuerschwert. Und. Ja, gut. Ich kann jetzt hier nicht zaubern von hier aus. Gut, dann machen wir die Pause. Achso, hier könnte ich auch auf Feuer. Oh, Jack, ich fette den Berggräger da. Äh, bitte was? Nur, wie kriegen wir den anderen Berggräger da raus? Na gut, können wir auch nacheinander machen. Ja, genau. Ich habe mir gedacht, wir holen ihn gleich dann. Ziel ist unsichtbar. Das ist nicht gut. Na, muss Schleimis regeln. Oh. Schleimis regelt. Vertrauf, Schleimi. Einfach fett drauf. Oh nein, er hat geblockt. Aber er ist verbrannt. Oh, gut. Okay, ähm. Uns geht es soweit gut. Okay, sehr gut. Ähm. Schlau, 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 schlau. Okay, dann holen wir uns den Typen von da vorne. Ja. Jupp. Der Kampf ist automatisch angegangen. Ich würde sagen, er soll mal rauskommen. Joa, würde ich auch sagen. Kriegt er gleich Begrößung. Hm, du bist dran, ja. Ich laufe dann einfach mal ein Weilchen. Und zwar laufe ich mal da so hin. Positionier dich gut und dann los geht's, ne? Ah, das ist eine sehr gute Idee. Ich war ein bisschen zu weit, aber wenn er rauskommt, warte. Ist perfekt. So. Wenn er rauskommt, kann ich ihn dann schon treffen. Genau. Und ihr mache ich dasselbe. Hm. Und kann ich hier. Warte kurz. Jo, perfekt. Das kann ich schon mal machen. Und darf er sich damit schon mal rumprügeln. Ich glaube, ich würde einfach warten, bis er rauskommt. Ich glaube auch, bis er rauskommt, ja. Weil ihr steht schon gut. Gib uns den Bach. Oh, perfekt. Das ist doch ein Deal. Fang. Geblendet, fehlgeschlagen. Geblendet, fehlgeschlagen. Naja. Aber er hat Schaden bekommen. Ah, danke. Liebe Grüße zurück, oder was? Okay. Okay. Dann. Ja, jetzt hat er Pech. Geblendet, fehlgeschlagen. Joa. Und. Können wir mal? Nein. Mhm. Sehr gut. Dann können wir... ...schluss funktionieren. Untertitelung. BR 2018